Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine Abführzange aus Deutschland und zwar aus dem Hause Heid & Roth. Wir kommen zunächst zu der Aufschrift, die wir auf der Rückseite finden. Und dort haben wir hier bei diesem Modell etwas Besonderes, denn wir haben hier die Aufschrift DRP, also Deutsches Reichspatent. Dann hier die 1278 und daneben noch das niedersächsische Wappenpferd, also eine Abführzange, die wirklich hier wahrscheinlich bei der Justiz in Niedersachsen in Verwendung gewesen ist. Grundsätzlich, was fällt auf? Wir haben bei dieser Abführzange zwei große Elemente, einmal diese Hälfte und dann diese Hälfte. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann ist das Ganze hier mehrfach verschraubt. Das heißt, jede Schraube ist ein bewegliches Element. Hier haben wir noch eine Feder und hier oben einen Griff mit einer kleineren Feder. Ich fange mal hier oben mit dem Griff und der kleineren Feder an. Wenn man das Ganze drückt, entriegelt man hier hinten etwas. Wir sehen, wir ziehen hier hinten einen Bolzen hoch. Und dann kann man, wenn man das hier entriegelt hat, diese ganze Abführzange hier hinten zusammendrücken. Das benötigt etwas Kraft, weil natürlich wir hier gegen diese Feder arbeiten. Aber wenn wir uns das hier genauer angucken, dann ist das hier wie gesagt der eigentliche Griff, der dann auch entsprechend dreimal drehbar gelagert ist mit diesen Schrauben. Und wenn wir loslassen, ist das sofort wieder eingerastet. Also das heißt, auseinander geht das nicht. Das geht halt wirklich nur auseinander, wenn man hier oben entsprechend das Ganze betätigt. Und da hier natürlich die Hand vom Abführen, von dem ist der abführt, ist das natürlich relativ schwierig. Ja, also wir sehen, dass die Funktionsweise recht simpel ist. Das rastet hier einfach ein. Wir haben eine Einrastfunktion und ansonsten einfach eine Feder, die einfach diese Schere hier vorne zusammenhält. Und durch Druck kann man das natürlich einfach hier auch öffnen. Kein Hexenwerk. Alles in allem ist das Modell hier sehr schön verarbeitet. Und also die Ecken sind nicht nur entgratet, sondern auch abgerundet. Wir haben hier und hier an dem Griff noch entsprechend eine Profilierung, um das Ganze natürlich dann auch hier ein bisschen besser greifen zu können. Und ja, weiterhin sehen wir auf der Rückseite dann natürlich neben der Beschriftung auch hier entsprechend die Rückseite der Schrauben, die dann hier noch kleine Stanzungen auch aufweisen. Und ja, die Stanzungen, die müssten eigentlich, man müsste die Schrauben eigentlich trotzdem rausdrehen können. Ich will das jetzt hier nicht probieren. Aber das ist auch nochmal was, was bei anderen Abführzangen nicht unbedingt so der Fall ist. Baugleichen Abführzangen. Ja, ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Wie gesagt, schön alles abgerundet. Das Ganze funktioniert so. Der Justizvollzugsbeamte öffnet diese Zange. Der Abzuführende, da wird dann hier entsprechend das Handgelenk hineingeführt. Und dann kann man natürlich hier durch Druckausübung entsprechend dann den Abzuführenden lenken und führen. Das ist der Sinn dieser Abführzange. Und ja, damit kommen wir jetzt auch schon zum Durchmesser. Wir gehen mal hier so weit rein. Dort haben wir ca. 4,8 bis 5 cm Durchmesser. Und wenn wir hier einmal schauen, dann haben wir... Da fällt gerade noch was auf. Dann haben wir 6,5 cm. Ja, was mir auffällt, ist nämlich folgendes. Wir haben hier eine Unsymmetrie. Ich habe hier zufällig auch noch eine andere liegen, wenn wir die mal hier dahinter legen. So. Dann sehen wir das. Dass die, naja, nicht nur anders ist, sondern auch hier, dass es ein bisschen verbogen ist. Dieser eine Arm, so würde ich das sagen. Obwohl ich mir da jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher bin. Ja, das ist bei dieser Abführzange anscheinend so. Weil wir sehen, dass dieser Arm natürlich hier weiter hinaus steht als der andere. Also es ist definitiv so nicht original. Andererseits, wenn wir jetzt genauer gucken, dann ist es natürlich so, dass wir hier auch dünneres Material haben als auf dieser Seite. Aber es kann natürlich sein, dass das hier nachträglich ab Werk, auch vor der Vernickelung, schon irgendwie geändert wurde. Oder es wurde später nochmal vernickelt nach Auftragung dieser Stanzung. Das kann natürlich auch sein. Ja, so ein sehr interessantes Modell hier aus Niedersachsen. Und zum Schluss kommen wir da noch zum Gewicht. Und das Gewicht liegt hier bei 344 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.